Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Der Miraculous Superschocken-Tag. So etwas werde ich nicht verpassen. Ein ganzer Tag mit Hawk Moth und seinen akkumatisierten Schocken. Ist das nicht dein größter Wunsch? Dazu gibt's Ladybugs beste Abenteuer und eine brandneue Folge, in der irgendetwas an Hawk Moth anders ist. Es war das Warten wert. Der Miraculous Superschocken-Tag am 27. März im Disney Channel. Der Miraculous Superschocken-Tag.